Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer. Es ist zwar nicht sicher, wer das als Erster gesagt oder geschrieben hat, das ändert aber nichts daran, dass der Satz wahr ist. Krieg und Wahrheit vertragen sich schlecht. Das erleben wir seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und wir erleben es jetzt wieder im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten. Man könnte meinen, das Lügen sei schwieriger geworden, weil die sozialen Medien dafür sorgen, dass Beteiligte und Betroffene live aus Kriegsgebieten berichten können. Das Gegenteil ist wahr. Die vielen Bilder und Videos erschweren den Durchblick und Aufregung, Wut und Angst trüben die Sicht. Dazu kommt jetzt auch noch die KI, die es viel einfacher macht, Bilder und Videos zu fälschen. Was tun? Mein Wochenkommentar über den fatalen Zusammenhang von Krieg, Wut, Angst und Medien mit konkreten Tipps, wie sie aus der Erregungsspirale herauskommen. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien, die Digitalisierung und KI, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Am 17. Oktober ereignete sich eine Explosion im Al-Achli-Krankenhaus in Gazastadt. Schon kurze Zeit später meldeten Medien auf der ganzen Welt die Explosion. 20 Minuten und das österreichische Portal heute veröffentlichten unter dem Titel «Raketeneinschlag, verheerende Explosion im Gazaspital» folgende Meldung. Bei einer Explosion nahe eines Spitals im Gazastreifen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums der dort regierenden Hamas mindestens 500 Menschen getötet worden. Im Al-Achli-Spital hätten zum Zeitpunkt der Detonation hunderte Menschen Schutz gesucht, erklärte das Ministerium am Dienstag. Laut Hamas ist ein israelischer Luftangriff Auslöser der Explosion. Soweit die Meldung. So oder ähnlich meldeten das viele Medien auf der ganzen Welt. Auch wenn seriöse Medien die Meldung mit Konjunktiven abschwächten, setzten sich die Eckpunkte sofort in den Köpfen fest. Spital im Gazastreifen, Explosion, israelischer Luftangriff, 500 Tote. Dabei ging völlig unter, dass es in der zitierten Meldung heisst, nach Angaben des Gesundheitsministeriums der dort regierenden Hamas. Medien auf der ganzen Welt haben also eine Meldung eben jener Terrorgruppe zitiert, die vor zwei Wochen Israel überfallen hat und immer noch über 200 israelische Geiseln in ihrer Macht hält. Mittlerweile sind die meisten Medien zurückgekrebst. Der Spiegel hat Satellitenbilder von unabhängigen Quellen ausgewertet, die nicht in den Krieg involviert sind. Die Auswertung der Bilder legt nahe, dass es kein israelischer Luftangriff war. Vermutlich ist eine palästinensische Rakete auf das Spitalgelände gestürzt und hat die Explosion verursacht. Die Zeit kommt zum gleichen Schluss. Die Zeit hat unter anderem Bilder einer Überwachungskamera und Fernsehbilder des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera ausgewertet. Beide Videos zeigen aus unterschiedlichen Blickwinkeln, dass am Himmel über Gaza eine Rakete auseinanderbricht und abstürzt. Eine Rakete, die noch in der Startphase war. Die Experten kommen deshalb zum Schluss, dass es sich wahrscheinlich um eine Rakete palästinensischer Extremisten handelte, die während des Flugs explodierte und abstürzte. Offenbar ist die Rakete auf einen Parkplatz im Innenhof des Spitals gestürzt. Das Spitalgebäude selbst hat dabei kaum Schaden genommen. Deshalb dürfte auch die Zahl der Toten deutlich zu hoch gegriffen sein. Doch der Schaden ist angerichtet. Nach der Meldung gingen in arabischen Ländern Tausende von Menschen auf die Strasse und demonstrierten gegen Israel. Der jordanische König Abdullah II. hat deshalb ein geplantes Treffen mit US-Präsident Joe Biden, dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas abgesagt. Schon der griechische Dichter Aeschylus soll geklagt haben, dass die Wahrheit im Krieg das erste Opfer sei. Ob er es wirklich gesagt hat, ist nicht sicher. Es wäre aber möglich. Aeschylus hat als Soldat selbst im Krieg gekämpft und wohl auch miterlebt, wie die Kriegsparteien mit Informationen umgehen. Bei dem Krieg handelte es sich übrigens um den Krieg zwischen Athen und den Persern. Aeschylus nahm an der Schlacht bei Marathon-Teil 490 v. Chr. Dass die Wahrheit im Krieg das erste Opfer ist, das ist definitiv keine neue Erfahrung. Auch wenn der Satz nicht von Aeschylus stammen sollte, genügt ein Blick in antike Texte, um die Wahrheit des Satzes zu erkennen. Stellt sich die Frage, was ist Wahrheit? Würde man ein Kind fragen, wäre die Antwort wohl, Wahrheit ist, wenn es stimmt. Philosophen drücken dasselbe etwas Komplizierte aus. Wahr ist ein Satz, Philosophen reden in diesem Zusammenhang von Urteil, wenn der Satz mit seinem Gegenstand in der Welt übereinstimmt. Wenn ein solches Urteil wahr ist, dann ist es immer wahr. Wahrheit hat also einen universellen Charakter. Künai-Geiros, der Bruder von Aeschylus, wurde in der Schlacht von Marathon getötet, als er versuchte, ein persisches Schiff aufzuhalten. Das stimmt, es ist wahr. Physikalische Gesetze und mathematische Formen sind universell wahr. Ganz anders verhält es sich mit Meinungen. Sie sind immer subjektiv und individuell. Es gibt keine allgemeingültigen oder objektiven Meinungen. Jede Person bringt ihre eigenen Erfahrungen, Werte, Perspektiven und vor allem ihre Gefühle in ihre Meinung ein. Die gleiche Frage, das gleiche Problem kann deshalb ganz unterschiedliche Meinungen hervorrufen. In einem Krieg haben wir damit drei Probleme. Erstens, die Informationslage ist oft sehr unsicher. Die Wahrheit ist nicht zugänglich. Zweitens, die Situation ist auch für unbeteiligte Beobachter emotional aufgeladen. Die Gefühle sind stark. Drittens, starke Unsicherheit und starke Gefühle führen zu starken Meinungen. Denn Gefühle und Meinungen sind miteinander verknüpft. Angst, Furcht und Entsetzen, aber auch Lust und Freude sind viel schneller als der Verstand. Bis der sich einschaltet, hat das limbische System längst emotional auf die Sinneseindrücke reagiert. Sie haben den emotionalen Ton gelegt und beeinflussen so die Meinungen, die wir uns bilden. Dabei hat es das Gehirn gar nicht gern, wenn ein Widerspruch zwischen Meinung, Gefühlen und Verstand entsteht. Diese sogenannte kognitive Dissonanz erzeugt Unbehagen. Das Gehirn versucht deshalb, die Dissonanz aufzuheben. Weil Gefühle so unmittelbar sind und so tief reichen, ist es oft einfacher, das Denken zu ändern. Deshalb bringt es wenig, rational zu argumentieren. Soziale Medien nutzen diese Mechanismen schon lange. Solche Likes und Retweets führen zu Dopaminausschüttungen im Gehirn, lange bevor wir darüber nachdenken, was wir da eigentlich machen. Das Gefühl ist schon da, der Verstand hinkt hinterher. Facebook, Instagram und Co. nutzen diese Mechanismen schon lange aus. Sie haben ihre Algorithmen so programmiert, dass sie die Nutzerinnen und Nutzer emotional ansprechen und mit Gefühlen bei der Stange halten können. Je heftiger die Gefühle, desto stärker die Nutzung. Auch negative Gefühle können zu einer hohen Nutzung führen. Deshalb spielen Hass, Wut und Hetze auf den sozialen Medien eine so grosse Rolle. Das führt zu einem medialen Problemkreis im Internet. Erstens, soziale Medien sprechen möglichst Gefühle an, weil das zu einer höheren Nutzung führt. Zu den stärksten Gefühlen gehören Wut und Hass. Zweitens, in der Ukraine und in Israel entstehen viele emotional aufgeladene Bilder und Videos, die über die sozialen Netzwerke geteilt werden. Es entsteht Rohstoff für Emotionen. Drittens, soziale Medien schüren deshalb gerade im Umfeld von Kriegen, Hass und Zwietracht. Die Verfügbarkeit von Live-Bildern über die sozialen Medien setzt journalistische Medien unter Druck. Sie wollen mithalten mit dem hohen Tempo und übernehmen Bilder und Informationen aus Facebook, Twitter und sogar aus Telegram-Kanälen. Die schnell verfügbaren Bilder gaukeln Wirklichkeit und Wahrheit vor. Nutzerinnen und Nutzer haben das Gefühl, dass sie live dabei sind und den Krieg gleich selbst beobachten können. Doch die Bilder und Informationen stammen oft von Kriegsparteien oder Betroffenen und sind nicht neutral. Häufig sind sie sogar gefälscht oder völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Weil die Medien unter Zeitdruck sind und auch live dabei sein wollen, sind der Manipulation Tür und Tor geöffnet und es kommt zu Schlagzeilen, wie der über den Beschuss des Krankenhauses in Gaza. Die Terrororganisation Hamas ist mittlerweile auf Facebook, Instagram und TikTok gesperrt. Grausame Bilder des Angriffs, darunter Videos von Bodycamps der Terroristen, werden dennoch über die Netzwerke verbreitet und erreichen Millionen von Menschen. Einer der Telegram-Kanäle der Hamas erreicht laut New York Times mittlerweile eineinhalb Millionen Menschen. Diese verbreiten die Inhalte dann über die anderen Netzwerke weiter. Eine traurige Rolle spielt dabei. X, kurz nach dem Überfall der Hamas-Terroristen, wurde das Netzwerk mit Falschnachrichten und extremistischen Inhalten geflutet. Weil Elon Musk nach dem Kauf von Twitter das Moderationsteam stark reduziert hatte, verfügt X heute nicht mehr über die Kapazitäten, die es bräuchte, der Propagandaflut Herr zu werden. Die Aufsichtsbehörden der Europäischen Union haben am Donnerstag deshalb eine Untersuchung gegen X eingeleitet. Was tun? 2003 hat Ulrich Tilgner ein Buch über den Irak-Krieg geschrieben. «Der inszenierte Krieg» heisst das Buch. Täuschung und Wahrheit beim Sturz Saddam Husseins. Tilgner berichtete damals als Korrespondent für das ZDF und das Schweizer Fernsehen aus den Krisengebieten im Nahen und Mittleren Osten. Im Buch beschreibt er, wie die Medien von den Kriegsparteien beeinflusst werden. Er schreibt, die Manipulation der Medien werde dadurch erleichtert, dass alle live dabei sein wollen. Dabei gaukle die schnelle Information und die aktuellen Bilder eine Wirklichkeit vor, die doch immer nur ein Ausschnitt sei. Das war 2003, also vor 20 Jahren. Seither hat sich das Tempo noch einmal massiv erhöht und damit auch die Anfälligkeit für Manipulationen und Falschinformationen. Deshalb müssen wir als erstes das Tempo drosseln. Lassen Sie sich nicht von Breaking News und den Meldungen in den sozialen Medien vor sich hertreiben. Lassen Sie nicht zu, dass Ihr limbisches System Ihren Verstand übernimmt. In Bezug auf den Nahen Osten heisst das, weniger Aktualität, mehr Hintergrund. Ich empfehle Ihnen dafür einige Bücher und zwei Podcasts. Die entsprechenden Links und die bibliografischen Angaben finden Sie wie immer auf meiner Webseite. Hier also zunächst meine Buchtipps. Erste Buchempfehlung – Geschichte Israels von der Staatsgründung bis zur Gegenwart. Geschrieben hat das Buch Noam Zadov, Assistenzprofessor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck. Das Buch ist 2020 erschienen und bietet einen guten Überblick über die Geschichte Israels. Es ist in der Wissenreihe im CH Beck Verlag erschienen und hat nur gerade 144 Seiten. In der gleichen Reihe ist der Nahostkonflikt Geschichte, Positionen, Perspektiven erschienen. Geschrieben haben dieses Buch Muriel Asseburg und Jan Busse. Sie erklären, warum der Nahe Osten trotz internationaler Vermittlung nicht zur Ruhe kommt. Auch das ist mit 128 Seiten ein schmaler Band. Etwas näher an der Aktualität ist die Sache mit Israel. Fünf Fragen zu einem komplizierten Land von Richard C. Schneider. Der langjährige Israel-Korrespondent der ARD beantwortet in seinem Buch fünf Fragen. Ist Israel eine Demokratie? Ist Israel ein Apartheidstaat? Ist Kritik an Israel antisemitisch? Ist Israel ein fundamentalistischer Staat? Und gehört Palästina den Palästinensern? Schon diesen Fragen ist anzusehen, dass sich Schneider kritisch mit der Geschichte Israels auseinandersetzt. Sein Buch ist Anfang Jahr bei der Deutschen Verlagsanstalt erschienen. Diese drei Bücher geben Ihnen mehr Hintergrund als jede noch so aktuelle Reportage. Wenn Ihnen das zu trocken ist und Sie dennoch in die Geschichte Israels eintauchen möchten, empfehle ich Ihnen mit gewissen Vorbehalten die Lektüre von Exodus. Der Roman von Leonuris ist 1958 erschienen, also zehn Jahre nach der Gründung des Staates Israel. Die Handlung setzt 1946 ein, als die britische Regierung jüdische Flüchtlinge auf Zypern interniert, weil sie sie an der Reise nach Palästina hindern will und endet 1949 nach dem Unabhängigkeitskrieg. Die Vorbehalter sind, Exodus ist ein Roman und kein Geschichtsbuch. Leonuris nimmt sich viele Freiheiten und erzählt die Geschichte aus jüdischer Perspektive. Die Gefühlslage im Land und die Gründe für die Spaltung gibt er aber gut nachvollziehbar wieder. Wenn Sie lieber hören als lesen, empfehle ich Ihnen zwei Podcasts. Der Spiegel hat in seinem Auslandspodcast 8 Milliarden gleich zwei Folgen mit Richard C. Schneider produziert. In der ersten Folge geht es um die Frage, welche Zukunft Israel und die Palästinenser haben können, was also das Ziel eines Kriegs mit Hamas sein könnte. In der zweiten Folge erklärt Richard C. Schneider, wie der Konflikt zwischen Juden und Palästinensern entstanden ist. Auch die Zeit hat in ihrem Politik-Podcast «Das Politik-Teil» zwei hörenswerte Podcast-Folgen über den Konflikt produziert. In der ersten Folge sprechen Ileana Grabitz und Peter Dausend mit Lea Frese und Jan Ross, den Nahost-Experten der Zeit, über den verheerenden Terrorakt der Hamas, seine Ursachen, seine Motive und seine Ziele. In der neuesten Folge sprechen Tina Hildebrandt und Heinrich Wehfing mit Yassin Musharbas, dem stellvertretenden Leiter des Zeit-Investigativ-Ressorts, der gerade aus der jordanischen Hauptstadt Amman berichtet. In einem Interview mit der «Zeit» sagte der israelische Historiker Yuval Noah Harari diese Woche, Israel müsse sich jetzt einer doppelten Aufgabe stellen. Zitat «Wir müssen den Krieg gegen die Hamas gewinnen, aber auch den Krieg um unsere Menschlichkeit». Uns alle ruft Harari auf, Zitat Seid nicht denkfaul, seid nicht emotional faul, schaut nicht nur auf die eine Seite dieser schrecklichen Realität, damit es Platz gibt für den Frieden in der Zukunft. Also, seien Sie nicht denkfaul, lassen Sie sich nicht von Breaking News und den emotionalen Meldungen in den sozialen Medien vorschnell zu Gefühlen und Meinungen hinreissen, damit es irgendwann in Zukunft auch in unseren Köpfen wieder Platz gibt für den Frieden im Nahen Osten. Alle Angaben zu den Büchern und den Podcasts und auch alle Quellenangaben zu meinem Kommentar finden Sie wie immer auf meiner Webseite. Soviel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Abonnieren und den Abonnieren.